Hallo liebe Wassermänner und herzlich willkommen zu eurer Liebes- und Beziehungslegung. Wir starten zunächst mit den Romans Angel Cards von Doreen Virtue und ziehen dir eine Karte, eine Botschaft, die jetzt für dich wichtig ist. Diese Legung ist für dich, falls du den Wassermann im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus hast. Da kommt, na Moment, ne, noch ein bisschen. Dementsprechend schau dir auch gerne deine anderen Aspekte an. So, was haben wir als erstes? Oh, okay, ja, schwierige Karte hier. Wir haben die unerwiderte Liebe. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Also, in einer Verbindung gibt es nicht genug Anziehung oder Chemie, um diese Beziehung langfristig aufrechtzuerhalten. Na, lass uns mal schauen, was das Tarot dazu sagt. Ich nehme das Seelenreise-Tarot. Ob das jetzt von deiner Seite ist, ne, vielleicht merkst du, oh, das ist nicht so das Wahre. Ähm, oder es ist von der Gegenseite, dass du, dass die Gegenseite vielleicht sagt, ah, irgendwie so ganz das Wahre ist es nicht. Oder es ist etwas, was grundsätzlich einfach eure Beide-Energie ist. Was, ähm, ja, vielleicht einfach nicht so eine große Anziehungskraft zwischen dir und der anderen Person ist. Oder irgendwas an der Chemie nicht stimmt, man nicht auf der gleichen Wellenlänge ist, auf gewisse Art und Weise. Also, ähm, das kann ja verschiedene Aspekte damit einschließen. Und da kriege ich das Stopp rein. Ah, okay. Dinge haben sich in der Vergangenheit auch nur sehr zögerlich entwickelt, sehr langsam. Ich habe das Gefühl, du konntest in der Vergangenheit nicht wirklich auf dich selber aufpassen. Bist gerade noch dabei, sind es also ungedrehte Karten hier heute. Wow, ja, tatsächlich. Ähm, das macht aber auch Sinn natürlich mit der Karte, die wir da gerade schon haben. Ich kläre noch ein paar Karten hier. Keine Sorge, wir gehen heute wirklich in die Tiefe und schauen uns dann auch nochmal an, wie denn die Situation von der Gegenseite aussieht. Was ich gerade sehen kann, ist, dass, ähm, okay, äh, viele Dinge tatsächlich, die hier nicht ganz im Gleichgewicht sind. Wir sehen einmal den Turm im Hier und Jetzt. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass du oder die andere Person oder vielleicht auch ihr beide auf gewisse Art und Weise versucht, etwas zusammenzuhalten, etwas festzuhalten, was nicht auf stabilem Fundament gebaut ist. Sprich, der Turm ist eigentlich dieser Befreiungsschlag, dieses, okay, es funktioniert nicht und jetzt hier, äh, nach mir die Sintflut Tabula Rasa. Wenn der Turm umgedreht ist, dann ist die Energie schon grundsätzlich da, aber man lässt nicht den Dingen den freien Lauf, sondern man versucht es quasi mit aller Kraft zusammenzuhalten. Und das ist etwas, was ich aktuell gerade wahrnehme. Ähm, es kann dementsprechend sein, dass du klammerst, die Person klammert, ihr beide aneinander klammert, obwohl ihr eigentlich wisst, ey, hier in dieser Situation ist ein Mangel, ist ein Vermissen, irgendwas ist nicht gut genug. In der Essenz kann man sagen, und ich weiß, ich springe gerade so ein bisschen mit den Botschaften hier, ich habe aber das Gefühl, dass für euch das gerade am sinnvollsten ist, wenn wir nicht so deutsch in die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gehen, sondern wirklich, wie es fließen möchte. Ich habe das Gefühl, dass dir auch jetzt gerade bewusst wird, äh, mit den fünften Münzen, ähm, dieser Mangel. Das heißt, normalerweise, die fünfte Münzen ist eigentlich recht gut, weil, äh, beziehungsweise umgedreht ist sie recht gut, weil, äh, wenn sie, äh, wenn sie aufrecht ist, dann ist es ein Mangel, ein Mangeldenken, Mangel in der Selbstwert, etc. Umgedreht geht es so langsam los, dass ein Mangel langsam überwunden werden kann. Also du bist schon in der Phase, wo du, sage ich mal, ähm, ich habe das Gefühl, Dinge jetzt ein bisschen mehr verstehst, ein bisschen klarer siehst und dementsprechend in der Lage bist zu erkennen, an was es mangelt. An was es mangelt und, ähm, auch gefühlt, dass es hier in der Zukunft nicht wirklich so weitergehen kann. Nun, wenn wir uns jetzt einmal auf die Vergangenheit fokussieren, die Königin der Münzen kam und das Erste, was mir da kam, war, dass du, äh, dich nicht gut um dich selber kümmern konntest. Du warst gefühlt sehr auf die andere Person fokussiert, ähm, die Königin der Münzen ist im Prinzip sich selber nähren und auch andere nähren, aber umgedreht ist der Fokus eher auf anderen helfen, andere unterstützen. Ähm, dementsprechend für manche von euch nehme ich wahr, dass, dass du eben der anderen, Personen sehr unterstützend an der Seite standest, vielleicht finanziell, vielleicht als helfende Hand irgendwie in der materiellen Welt auf gewisse Art und Weise geholfen hast und, ähm, der Fokus eher nach außen gerichtet war und dementsprechend dich nicht so gut um dich selber kümmern konntest. Für wiederum andere kann es sein, dass du nicht die Hilfe und Unterstützung bekommen hast, die du hier, sage ich mal, gebraucht hättest, äh, für dein körperliches Wohlbefinden, für dein finanzielles Wohlbefinden, ähm, oder was das Thema Zuhause angeht. Der Ritter der Münzen sagt mir, Dinge sind sehr langsam vorangegangen, der Ritter der Münzen ist eh eine langsame Energie, aber hier, ähm, als umgedrehte Energie ist es wirklich so, Oh Mensch, irgendwie, man versucht an etwas zu arbeiten, aber es kommt nie so richtig in Fahrt. So, und das ist eine sehr schwere, ähm, es fühlt sich sehr schwer an, sehr, oh Mensch, das, wie sagt man, das zieht sich so hin und irgendwie, es geht alles so langsam und es ist so anstrengend, es fühlt sich eine harte Arbeit an, die hier in eine Situation reingesteckt wurde. Nun, wir haben eine gute Karte in der Vergangenheit und das ist der Bube der Stäbe, was im Prinzip sagt, dass aber gleichzeitig hier in der Vergangenheit es einen aufregenden Neuanfang gab, einen, ein neuer Impuls, ein Angebot, eine Nachricht, aber irgendwas, was in dir wieder so ein bisschen dein Feuer geweckt hat. Und vielleicht auch eben in Bezug auf diese Beziehung. Also hier alles recht trocken, recht arbeitend und recht, ähm, ja, schwer, schwerfällig ist, glaube ich, das Wort und plötzlich kommt da etwas Neues rein. Ob das eine Nachricht war, die etwas ausgelöst hat, ob das ein Angebot war, ob das neue Interessen waren, ein neues Hobby war, irgendwas, was dich begeistert. Auf gewisse Art und Weise haben wir hier in der Vergangenheit mit dem Buben der Stäbe eine Art Neuanfang, weil neues Feuer, neue Leidenschaft, neue Energie in diese Situation gebracht wurde. Was wir dann aber auch sehen, ist tatsächlich, dass sich das dann recht schnell im Prinzip auf die Art und Weise entwickelt hat, mit dem Magier umgedreht. Der eine oder andere, mh, höre auf deine Intuition, aber der eine oder andere kann es hier auch zu tun haben mit Manipulation, ne, Magier, Meister der, der Meister der, äh, wie sagt man, der Magier kann seine Realität manifestieren, sprich manipulieren. Ähm, und umgedreht kann aber dieser Aspekt der Manipulation so ein bisschen mehr zum Vorschein kommen. Ähm, vielleicht ist das etwas, was du merkst, wo du manchmal so ein bisschen das Gefühl hast, ah, das war jetzt aber irgendwie nicht so cool, versuch die Person mich zu manipulieren. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann fehlt es hier mit dem Magier an, äh, Vision oder deine Vision manifestieren sich einfach nicht. Und du sagst so, Mensch, irgendwie, jetzt hatten wir hier diesen neuen Impuls, dieses neue Feuer, neue Leidenschaft, neue, vielleicht auch neuer Spaß oder neue Freude, die hier auf gewisse Art und Weise lag. Aber irgendwie hängt man gefühlt schon wieder fest und die Situation manifestiert sich einfach nicht weiter. Es steckt fest, ob aus fehlendem, äh, aus fehlender Vision oder einfach aufgrund dessen, dass die Situation feststeckt und sich einfach nicht weiter manifestiert. Wie gesagt, man sieht hier den Mangel, ähm, ich hab das Gefühl, hier geht es für dich darum, ähm, zu erkennen, ähm, woran es mangelt an dieser, in dieser Situation, in der Kombination mit dem Turm geht es in der Regel darum, etwas loszulassen, was auf, ja, definitiv auch hier nicht auf stabilen Fundament gebaut ist und sich gefühlt auch gerade nicht weiterentwickelt. Ähm, ich zieh, ich hab das Gefühl, ich gebe euch gleich rein mit den Lenys und zieh gleich nochmal ein paar Zusatzkarten hier. Ähm, was ich hier sehe mit der Sonne, ähm, gerade auch Sonne und die fünfte Schwerter, Schwerter, die fünfte Schwerter ist so oder so ne schwierige Karte. Umgedreht auch eher, ähm, in der Energie von, ah, okay, ich weiß jetzt, ich sehe jetzt klar, wovon ich mich zurückziehen muss. Ähm, der Turm ist auch so dieser Moment der Klarheit, der Moment der Bewusstwerdung, während umgedreht man es vielleicht noch nicht bewusst haben, äh, man noch nicht, äh, noch nicht, wie sagt man, ähm, vielleicht wird es dir gerade bewusst und klar, woran es hier in dieser Situation mangelt und vielleicht, dass ein Mangel auch erstmal nicht ausgeglichen werden kann, ähm, aber mit dem Turm, wenn er umgedreht ist, versucht man trotzdem noch etwas zusammenzuhalten. Während man mit den fünften Schwertern, und das ist quasi das, worauf du dich hinentwickelst, tendenziell merkst, oh Mensch, da sind immer wieder diese Konflikte, da ist immer wieder diese Streitigkeiten. Vielleicht jemand, der Recht haben möchte um jeden Preis, gewinnen möchte um jeden Preis, jemand, der nicht mit sich reden lässt, jemand, der mich emotional nicht versteht. Vielleicht, weil er nicht in der Lage ist, vielleicht auch, warum auch immer. Und gerade in dieser Kombination mit der Sonne haben wir hier tatsächlich, ähm, was ganz spannend ist, weil die sehe ich einmal zusammen und einmal sehe ich die zusammen. Ähm, auf der einen Seite kann es sein, dass es, ähm, und die sehe ich auch einmal zusammen, okay, auf der einen Seite kann es sein, dass du es mit einer Person zu tun hast, die vielleicht mal ein bisschen, äh, die vielleicht hin und wieder ein bisschen arrogant ist und das Gefühl hat, Recht zu haben. Ähm, so nach dem Motto, hey, ich weiß es doch eh besser. Das ist ein Aspekt hier. Auf der anderen Seite nehme ich wahr, dass es dir ein bisschen an Selbstbewusstsein mangelt, in dieser Situation gerade voranzugehen. Ähm, ich nehme gerade wahr, lass die Situation, lass den Dingen ihren Lauf. Es wird sich, äh, ganz auf natürliche Art und Weise jetzt weiterentwickeln in eine Richtung, ähm, wie diese Situation quasi bestimmt ist, in die Richtung zu gehen, damit dir etwas klar wird. Aktuell mangelt es hier an Klarheit, äh, oder beziehungsweise auch das, wo du dich reinbewegst. Ich habe das Gefühl, du wirst mit der Situation noch ein bisschen was zu tun haben. Ähm, jetzt würde ich nicht zwingend sagen, dass die Liebe, unerwidert ist, aber zumindest, dass es hier in dieser Situation doch so große Konflikte gibt, dass sehr wahrscheinlich auf Dauer dich diese Situation, ähm, extrem, äh, belastet, was sie gefühlt auch jetzt schon tut. Ähm, und dir eher tendenziell weitere Kraft und Energie zieht. Das heißt, ähm, was wir eigentlich tatsächlich sehen wollen, ist der Turm aufrecht. Wir schauen mal, diese Legung hat eine Gültigkeit von vier bis sechs Wochen. Ich mache ja die Liebeslegungen hier, ähm, sehr, sehr regelmäßig. Das heißt, wir schauen dann mal, wie sich die Situation weiterentwickelt. Aber für die nächsten vier bis sechs Wochen habe ich das Gefühl, du wirst noch mit der Situation zu tun haben. Und es wird dir nach wie vor so ein bisschen an der, am Selbstvertrauen, am Selbstbewusstsein mangeln, vielleicht dadurch auch so ein bisschen an der Klarheit. Wobei diese tatsächlich, und das sehen wir hier so Stück für Stück, nach und nach reinkommt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, jetzt lass uns mal weiterschauen hier. Erstmal möchte ich wissen, der Bube der Stäbe. Ähm, was ist denn das, was da plötzlich reinkam und im Prinzip dann für neue Energie gesorgt hat? Hm, tatsächlich hier die Liebe, ja. Ähm, vielleicht ist bei dir oder auch bei deiner Person plötzlich irgendwie so das Feuer der Liebe aufgegangen, das Feuer der Leidenschaft. Oder es gab einen Impuls, etwas Neues kam in euer Leben, was eine Herzensangelegenheit ist. Das könnte ein gemeinsames Hobby sein. Das könnte etwas sein, was euch beiden wirklich sehr am Herzen lag. Was euch gefühlt hier in der Vergangenheit erstmal wieder gefühlt ein bisschen zusammengebracht hat. Nachdem das alles so langsam, langwierig, schwer und schleppend war. Ähm, also wir haben hier gefühlt etwas einen Impuls von außen, ähm, eine dritte Komponente, sagen wir mal so, die euch auf gewisse Art und Weise echt wirklich näher gebracht hat. Weil ihr euch gefühlt eine Herzensangelegenheit geteilt hat. Oder es gab hier nochmal einen Moment, wo einfach die Liebe nochmal sehr stark war. Und nochmal wieder aufgeflammt ist. Ähm, ich möchte ein paar Karten hier, habe ich das Gefühl, ziehen. Und zwar, ähm, zu den fünf der, die fünf der Münzen. Der Magier fühlt sich an, wie es manifestiert sich etwas nicht weiter. Wir haben hier nach wie vor den Mangel. Ähm, es fühlt sich dadurch auch an, als ob diese Situation nicht wirklich dafür gedacht ist, sich weiterzuentwickeln. Was haben wir hier mit den fünf der Münzen? Ja, da haben wir die Langzeitpläne. Ähm, es kann zum einen sein, dass es einen Mangel an Langfristigkeit gibt und Langzeitplänen. Sprich, irgendjemand möchte vielleicht nicht so lang und vorausschauend und weitsichtig investieren. Das kannst du sein. Vielleicht aufgrund von Unsicherheiten, die hier bestehen, weil vielleicht jemand auch, oder weil es immer wieder Konflikte gibt. Vielleicht ist es aber auch die andere Person. Aber es gibt zum einen in dieser Angelegenheit einen Mangel an langfristigem Wachstum. Ich habe auch das Gefühl, es gibt einen Mangel an Stabilität. Was insbesondere diese Karte und diese Karte natürlich sagen, auch diese Karte an sich sagt im Prinzip, hier gibt es einen Mangel in der Stabilität. Aber das spielt auch eine Rolle. Ob das jetzt eine finanzielle Stabilität ist, an der es hier mangelt und was immer wieder zu Konflikten führt. Oder ob das eine Stabilität ist, sage ich mal, die emotionaler Natur ist. Wo man sagt, ey, immer wieder kommt hier ein Konflikt. Immer wieder reißt es hier irgendwie rein. Und das könnte in der Essenz das sein, warum es in dieser Situation an einer Stabilität mangelt. Ich habe auch das Gefühl, jemand ist hier nicht flexibel. Entweder du, entweder möchtest du auch nicht mehr flexibel sein. Das kann etwas sein. Du sagst, ey, ich muss mich so oft anpassen, Kompromisse machen, flexibel sein. Vielleicht hast du das Gefühl, die andere Person ist nicht in der Lage, flexibel zu sein, Kompromisse zu machen. Eine weitere Botschaft ist hier, hier ist ein Mangel an Wachstum. Wir hatten das gerade schon gesagt. Aber das ist etwas, was jetzt so auch nochmal durchkommt, was wir mehrmals bestätigt haben in dieser Situation. Mangel an Wachstum. Es geht hier nicht weiter. Es fühlt sich fast so an, als ob da quasi ein Stopp reingesetzt wird vom Universum. Das ist die Energie, die ich bekomme. Es kann natürlich sein, dass es in der Essenz daran liegt, dass vielleicht die Person oder du einfach nicht mehr bereit seid, so viel zu investieren oder, sage ich mal, nicht in der Lage seid, aus irgendeinem Grund wirklich die richtige Energie, sage ich mal, in diese Verbindung zu investieren, damit das auch wirklich wächst. Ebenfalls die 5 mit dem Baum kann für das Thema Gesundheit stehen. Ich habe jetzt nicht zwingend das Gefühl, dass es hier bedeutet, dass jemand von euch krank ist. Aber die Gesundheit der Beziehung, die ist hier absolut im Mangeln. Der Turm umgedreht bitte. Den Turm einmal bitte umgedreht. Was haben wir hier für eine Zusatzbotschaft? Ja, das ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, du versuchst es doch noch zusammenzuhalten. Gefühlt auch hier mit der Königin der Münzen. Ich habe das Gefühl, du zögerst mit einer Entscheidung. Wir haben hier nämlich nochmal das Thema Entscheidung. Aber ich habe das Gefühl, dass du versuchst, eine Situation zusammenzuhalten, zu flicken, zu reparieren. Denn ich habe das Gefühl, du versuchst auch sehr stark an dir selber zu arbeiten. Vielleicht in der Hoffnung, damit sich die Situation dann verbessert. Aber hier habe ich schon das Gefühl, dass quasi du die Person bist, die versucht hier diese Situation zu managen. Das ist eher das Wort. Huppala, ich möchte einmal die Sonne umgedreht. Wir haben hier mehrere Botschaften hier. Zum einen der Mangel, das waren zu viele Karten. Zum einen der Mangel an deinem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Der Mangel an Weitsicht, nicht Weitsicht, der Mangel an Sicht, an klarer Sicht. Guck mal, was da jetzt rauskommt. Und da haben wir mehrere Karten. So, aber da ist gerade das halbe Deck rausgekommen. Okay, ich gehe einmal rein. Ich lasse die Karte hier, weil sie direkt draufgefallen ist. Ich kriege hier rein, dass es emotionale Verletzungen gibt, Streitigkeiten, dass immer wieder verletzende Worte fallen. Hier, ich habe das Gefühl, du wirst nicht gesehen. Du wirst nicht gesehen. Es gibt kein Verständnis. Obwohl immer wieder gefühlt über Gefühle und Emotionen geredet werden. Aber letzten Endes gibt es hier immer wieder diese Verletzungen. Was haben wir hier? Ja, hier ist definitiv das Thema Stillstand. Wir haben den Stillstand hier. Ich habe das Gefühl, es gibt immer wieder Annäherungsversuche, immer wieder Angebote. Hier Angebote, Dinge zu lösen. Aber letzten Endes ist das, worauf es hier hinausläuft, tatsächlich eine Entscheidung zum Thema Rückzug oder Trennung. Also ein Angebot kann tatsächlich auch sein, dass ihr schon darüber geredet habt und gesagt habt, ah, okay, vielleicht ist die Lösung hier, dass wir uns trennen. Aber ich habe das Gefühl, hier gibt es quasi Stillstand. Angebot kommt rein, bezogen auf eine Lösung der Situation. Und da kann es sein, dass auch schon darüber geredet wurde. Wir sehen jetzt hier das Kreuz. Das Kreuz sagt mir natürlich, dass diese Situation extrem belastend für dich ist. Hätte ich das Kreuz jetzt nicht zwingend gebraucht, weil die Karten natürlich schon sehr belastend hier ebenfalls sind. Also, ja, da trägst du gefühlt einiges mit dir rum, was sich einmal bezieht auf, ich habe das Gefühl, zum einen belastet die Situation dich. Wie ich gerade schon sagte, mangelndes Selbstbewusstsein, mangelnde Klarheit hier. Ist also gefühlt gerade eine sehr große Lernaufgabe, durch die du dich hier bewegst. Ihr Lieben, ich möchte jetzt einmal schauen, wie, wir haben ja so ein paar Aspekte hier, wo es um die Klarwerdung geht. Hier, das Ast der Schwerter ist, es mangelt an Klarheit, auch das haben wir hier. Aber mit den Fünf der Schwertern gefühlt kommt nochmal eine Situation, die dir wieder ein bisschen bewusster macht, ey, und schon wieder ist da dieser Stresspunkt. Ich möchte mir die Situation jetzt von der Gegenseite anschauen, sprich die Person, mit der du es hier zu tun hast. Was denkt er oder sie über dich, fühlt für dich? Was sind die wahren Absichten? Wo steht deine Person, inklusive Herausforderungen und Blockaden? Was ist der Tipp für dich? Wir schauen auch nochmal rein, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ziehen auch nochmal ein paar Orakelkarten. In dem Sinne darf ich dich einladen, mir zu folgen in die Erweiterung. Den Link findest du unter diesem Video, wo wir jetzt genau diese Fragen klären. Der erste Link in der Infobox führt zu Vimeo, der zweite zu Patreon. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Ich starte mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen. Mua! Mua! Untertitelung des ZDF, 2020